Es ist der wichtigste Männerclub Österreichs. Die Landeshauptleute, sind sie wirklich mächtig oder haben nur alle Angst vor ihnen? Ich spreche mit Tirols Landeshauptmann Günther Platter. Wir sind nicht Besserwisser, wir sind teilweise Bessermacher. Oberösterreichs Josef Püringer. Wir sind da wirklich außerordentlich gefordert. Und mit Wien's Bürgermeister Michael Häupl. Ich frage mich ernsthaft, ob ich nicht vielleicht doch ins eine oder andere Bundesland ein bisschen trainieren fahren sollte. Klartext mit Martin Thür. Montag 22.25 Uhr. Neu auf ATV. Untertitelung des ZDF für funk, 2017